Der folgende Talk, Failed Inclusion von Beta Lars, beruht auf seinen Erfahrungen, die er gemacht hat, als er sich mit der Darstellung von Autisten oder autistischen Personen im ZDF beschäftigt hat und dann versucht hat, mit verantwortlichen Stellen zu reden und auf die teilweise diskriminierende Darstellung hinzuweisen. Ja, also Content Note dafür. Es geht um Diskriminierung gegen Menschen mit Behinderungen. Und ja, dann fang an. Hi und herzlich willkommen zum Post-Recording. Ja, dieser Vortrag ist ein bisschen geplagt von so technischen Problemen, unvollständigen Präsentationen und Internetproblemen. Von daher ist es das Post-Recording, aber irgendwie ist er auch ein bisschen von einem kleinen Treu-Problem geplagt. Denn ursprünglich hatte dieser Vortrag mal in einer Titel und er wurde dann jetzt zum zweiten Mal kurzfristig von dem ZDF quasi getrollt, weil der Fernsehrat nämlich zu keiner Entscheidung zu meiner Programmbeschwerde wegen Ella Schön gekommen ist. Aber was war eigentlich der erste Vortrag, der quasi getrollt wurde? Mein erster getrollter Vortrag hatte den Titel Feldempfi. Ein bisschen Anlass dafür war die Serie Ella Schön, in der dargestellt wurde, wie eine autistische Figur überhaupt nicht mit der Wimper zuckt, wenn sie andere fast überfährt. Die wiederholt in den Wohnraum eine alleinerziehende Mutter eindringt und sie eben dort wegen Eigenbedarf, also die Wohnung gehört ihr, wegen Eigenbedarf, ja, vertreiben, raustragen möchte und zeichnet überhaupt irgendwie gar keine Empathie und kein Verständnis dafür, dass irgendwie diese junge Familie ein Anrecht auf Wohnraum hat und irgendwie auch ein Anrecht auf einen unverletzten Wohnraum. Kann sie aber dann doch sehr, sehr gut in einen Immobilienhai reinversetzen, um quasi dann zu verstehen, warum aus dessen Perspektive diese Wohnung besonders wertvoll ist. Ja, und ich bin mir sicher, dass sie auch irgendwann noch gezeigt haben, wie Ella Schön diesem niedlichen Hundebaby den Knuddelbär weggenommen hat. Sorry, ich werde ein bisschen sarkastisch, wenn ich mich sehr aufrege. Für mich als autistische Person ist natürlich diese Sendung unfassbar verletzend gewesen, weil ich weiß halt, Autistinnen sind überfordert, wenn sie andere vielleicht nur ein bisschen verärgert haben könnten und ich kann mir vorstellen, dass viele sie nicht einmal trauen würden, zu klingeln, wenn es darum geht, eine junge Familie, ja, eben aus deren Wohnungen rauszuklagen. Und wo ich dem ZDF recht geben muss, Autistinnen können sich tatsächlich gut in Haie reinversetzen, aber da ist ein kleiner Redaktion einer Fehlung unterlaufen, weil Autistinnen können sich in Blauhai sehr gut reinversetzen, aber eben nicht in Immobilienhai. Und obwohl ich wirklich echt ziemlich sauer bin darüber, wie Autistinnen in dieser Serie dargestellt wurde, die Prämisse meines Vortrags auf der RC3 war Failed Empathy. Es ging darum, dass das Medienschaffende ja eigentlich lieb meinen, aber sie eben daran scheitern, sich in Autistinnen und beziehungsweise auch autistische Figuren gut hineinzuversetzen. Das Problem ist halt, dass wir dann dargestellt werden, als werden wir irgendwelche emotionslosen, gleichgültigen Roboter und das ist halt richtig fies. Aber weil ich eben empathisch bin, will ich jetzt den Medienschaffenden auch nicht erstellen, dass sie irgendwie alles böse und fies meinen. Und deswegen fand ich es sehr anstrengend, dass ich letztendlich dann doch zu meinem Vortrag auf der RC3 sagen musste, boah, das ZDF hat mich derart auflaufen lassen mit meiner Programmkritik, dass ich irgendwie nicht mehr an Good Faith glaube. Weil, sorry, das war die formelle Programmbeschwerde, die ich ihnen im November geschickt habe. Ich habe dort sehr bestimmt und aber auch sehr höflich formuliert, dass das Programm eben grob falsch, richtig fies war, mich persönlich sehr verletzt hat und eben auch sehr stark gegen Programmgrundsätze verstößt. Und nachdem ich dann irgendwie eine, tatsächlich, wie ich es später herausgestellt habe, unformelle Antwort bekommen habe, hat sich herausgestellt, es gab gar kein Beschwerdeverfahren. Weil dieses Schreiben erfüllt leider die inhaltlichen Anforderungen an eine formelle Programmbeschwerde nicht. Weil Folge 1 und 3 ist halt kein Bezug auf eine konkrete Sendung. Ja, die Serie hat mehrere Seasons und ich meinte eigentlich Folge 1, Season 1 und Episode 1, Season 2. Aber trotzdem, dass sie da nicht mal einfach nachgefragt haben, wenn ich denen so eine Beschwerde schicke, ist halt trotzdem irgendwie unverständlich. Aber gut. Viel unverständlicher als nicht nachgefragt zu haben, ist die Antwort von Herrn Bellou. Weil der formuliert in seiner Antwort als erstes, ja, effektiv, was fällt denn dir ein, die Kenntnisse der produktionellen Beteiligten zu monieren? Weil das wäre übrigens als Intention einer förmlichen Programmbeschwerde nicht zulässig. Und es ist fies, dass das über mich behauptet, weil es sich sogar im Wortlaut der Beschwerde exklusiv bereits belegt wird, äh, widerlegt wird. Pardon. Weitere Highlights aus der Antwort, ja, wir haben uns total intensiv mit Asperger-Autismen zueinander gesetzt. Wir können aber natürlich in einer einzelnen Figur nur Teilaspekte der Realität darstellen. Und wir haben dafür sogar mit einem ganzen autistischen Sachberater zusammengearbeitet. Und bei uns gibt es sowieso nur die besten Intentionen und einen schönen Tag. Ich hoffe, ich habe deine Bedenken ausgeräumt. Also, ich weiß nicht. Um zu glauben, dass das meine Bedenken als autistische Person über richtig verletzende Darstellungen ausräumt, muss man wirklich schon Intendant des ZDFs sein. und da gehört natürlich dazu, sich überhaupt nicht sachlich mit Kritik auseinanderzusetzen, aber eben auch ganz schön viel Ignoranz. Weil das, wo ich mich in diesem Brief am meisten drüber ärgere, ist die Erwähnung des autistischen Sachberaters. Weil es ist halt zum einen scheiße, weil es ist endlich Programmkritik, die, wenn sie überhaupt an eine Person gerichtet ist, an den Intendanten gerichtet ist, auf diesen autistischen Sachberater bezieht, der eben gar keine Programmverantwortung trägt und dessen Mitarbeit natürlich auch nicht im Ansatz irgendwelche Ansprüche an Inklusion erfüllt. Und es ist ja nicht so, dass der Herr Bellou irgendwie nicht Ahnung von Inklusion haben müsste. Der ist Vorstandsvorsitzender, der Aufsichtsratsmitglied der Aktion Mensch. Und ich frage mich jetzt, wenn der von der Aktion Mensch, die ja irgendwie total sich politische Inklusion einsetzt, Aufsichtsratmitglied ist, wie kann denn das irgendwie sein, dass der noch nicht von den anderen Aufsichtsratsmitgliedern oder Vorstandsmitgliedern der Aktion Mensch, die auch eine Behinderung haben, irgendwie auf das Thema sensibilisiert wurde? Also übrigens, das war eine missverständliche Formulierung. Natürlich, Herr Bellou hat meines Erachtens keine Behinderung und leider eben auch keine der weiteren Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstand der Aktion Mensch. Zumindest habe ich sie nicht finden können. Und eine Presseanfrage diesbezüglich in die Aktion Mensch ist auch bisher noch nicht beantwortet worden. Also, ich glaube, wir haben jetzt genügend Gesprächsstoff für einen spontanen anderen Vortrag und deswegen ist mein neuer Vortragstitel für diesen Vortrag jetzt Failed Inklusion. Wir reden, wie und warum Medien systematisch daran scheitern, die Menschenrechte von Behinderten durchzusetzen. Aber was ist eigentlich Inklusion? Okay. Inklusion ist das Menschenrecht von Menschen mit Behinderungen auf eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Das heißt, die werden nicht irgendwie in Behindertenwerkstätten geparkt, wo die niemand sehen muss, sondern sind eben wirklich ernsthaft ein gleichberechtigter Teil von unserer Gesellschaft. In Bezug auf Medien bedeutet Inklusion, dass Menschen mit Behinderung natürlich bei Produktion mitwirken können, aber dass es eben auch Charaktere gibt in fiktionalen Medien, die ja sichtbar eine Behinderung haben und eben die als selbstverständlicher Teil der Welt, in der die Geschichte spielt, dargestellt werden. Ein großartiges Beispiel dafür ist Amaya aus der Serie Jacking Prince. Amaya ist gehörlos. Sie wertet übrigens auch. Das heißt, wenn ihr kein ASL könnt, dann müsst ihr halt Untertitel anmachen und wirklich intensiv thematisiert wird ihre Behinderung nicht, was irgendwie voll cool ist, weil warum muss eigentlich in allen Welten Behinderung ein großes Ding sein? Können wir nicht bitte einfach mal Geschichten haben, wo wir irgendwie I don't know Inklusion erleben? Als Fantasie vielleicht wenigstens? Ja, dann wenn es überhaupt Repräsentationen gibt, dann ist es meistens eben nicht Repräsentationen für Menschen mit Behinderung, sondern eben Repräsentationen von Menschen mit Behinderung für Nichtbehinderte. Oftmals werden dann dort die Charaktere, die eine Behinderung haben, durch Nichtbehinderte dargestellt und auch sonst werden Menschen mit Behinderung sehr oft von Produktion ausgeschlossen. Die so entstehenden Angebote fokussieren sich total häufig auf das tragische Leid der armen Behinderten und ja, I get it, es ist irgendwie wichtig, darüber zu reden. Aber wenn halt nur darüber geredet wird, es ist halt wirklich, bringt es insbesondere eben Menschen mit Behinderung Nichts, die ja eigentlich auch irgendwie mal positive Vorbilder und Figuren bekommen sollten. Ein sehr krasses aktuelles Negativbeispiel ist übrigens Music von Seah. Die haben auch versucht, autistische Menschen gut darzustellen. Sie haben sich dafür sogar eine autistische Schauspielerin ausgedacht, die von den Produktionsbedingungen überfordert gewesen sein soll. und haben eben in ihrer Produktion unter anderem die Festhälteterapie als unkritisch dargestellt. Festhälteterapie, das bedeutet, wenn eben autistische Menschen gerade in psychologischen Notsituationen sind, dann kann man die verhaltsam festhalten. Das ist natürlich auf ganz vielen Ebenen problematisch und eben auch ist keine Wirksamkeit irgendwie wissenschaftlich erwiesen und ja, dass Produktionen, die eben Inklusion nicht berücksichtigen, eben auch oft sehr problematische Inhalte vorbringen, das ist halt nicht groß verwunderlich. Ich will ein bisschen in diesem Vortrag auf Ursachen dafür eingehen, warum es so kaputt ist. Und da gibt es auch durchaus drei Sphären, die irgendwie zu berücksichtigen sind in Bezug auf wo es gerade hakt und wie man es auch besser machen kann. Das sind private, öffentlich-rechtliche und soziale Medien. Ich habe übrigens ein bisschen Themenfairpunkt auf fiktionales Bewegtbild gerade gelegt, weil ich mich damit gerade intensiv auseinandersetze und kann gerade nicht alles abbilden. Zu der Situation von den privaten Medien gibt es eine tolle Umfrage zum Thema Vielfalt im Film. Die beschäftigt sich nicht nur mit Menschen mit Behinderung, sondern eben auch Menschen, die aus anderen Gründen mal analysiert sind. Und es ist ziemlich devastating. In der Umfrage finden sich Berichte von Betroffenen, die zum Beispiel wegen chronischen Krankheiten völlig unbegründet von Produktionen ausgeschlossen werden. Die Umfrage stellt fest, dass zwei Drittel der Diskriminierungserfahrung nicht mehr gemeldet werden. und es zeigt eben auch, Menschen mit Behinderung sind viel zu wenig in Medien vertreten. Gesetzlich gefordert ist, dass Unternehmen fünf Prozent der Belegschaft von Unternehmen Menschen sind, die schwerbehindert sind, also ein GdB von 50 plus haben. Und in Besatzung und Gestaltung sind 2,5 2,1 Prozent, was halt irgendwie nicht mal die Hälfte ist. Was sich übrigens auch zeigt, Diversity Pay Gaps, also Menschen, die nicht privilegiert sind, müssen dafür quasi auch bezahlen und diese Studienergebnisse sind wirklich sehr, sehr, sehr entmutigend aus eben, ja, aus meiner Perspektive und ich frage mich halt wirklich, jeder zehnte Mensch in Deutschland hat einen Behindertengrad von 50 plus und alle davon irgendwie wünschen sich mehr Repräsentationen. Wie kann es sein, dass sie nicht in den Medien vorkommen? Gibt es da irgendwie eine I don't know, eine böse Mafia, die das, die die aktiv aus den Programmen raushält? Wir halten nichts fern, aber 10% das ist keine Zielgruppe, das ist völlig inhomogen. Das sind ja Alte und Junge und Reiche und Arme, 10% von nichts ist nichts, das ist kein Zielgruppe für mich, das interessiert mich nicht. Okay, ja, Menschen mit Behinderung sind irgendwie sehr divers, aber es eint sie halt, dass sie keine, also dass sie wirklich kaum gute Darstellungen im Fernsehen haben und wenn es mal gute gibt, dann stürzen sie sich darauf. Das ist ein komplett unterbewirtschafteter Markt und eigentlich ein riesiges Wachstumspotenzial bietet. Das ändert nichts daran, dass da kein Potenzial drinnen ist. Ich will 40, 50% Reichweite und außerdem muss ich an meine Stammkundschaft denken, die verärge ich vielleicht noch, wenn ich hier einen Klon suche, nö, das ist nicht so interessant. sprich. Ich meine, erstens ist es eine relativ fiese Aussage und zweitens ist es auch vollkommen falsch. Ich meine, Pokémon, Pokémon, was eine der größten und stärksten Franchises der Welt ist, hätte es nicht gegeben, wenn Nintendo nicht einem autistischen Spieleentwickler ermöglicht hätte, sein Spezialinteressen für Insektenfang mit der ganzen Welt zu teilen. Und ja, viele Studien weisen eben auch nach, Angebote, die eben Diversität gut darstellen, sind viel erfolgreicher als Angebote, die eben keine Diversität abbilden. Und davon ist es, von daher ist es auch wirklich von einem unternehmerischen Standpunkt her sehr, sehr sinnvoll, mehr Diversität im Programm zu haben. Das ist nicht das Konzept unseres Senders. Ich habe Kapitalgeber, die muss ich, deren Interessen muss ich berücksichtigen. Wir haben ein Konzept und das Konzept läuft sehr gut und wenn ich jetzt beginne hier irgendwelche Sonderscherze zu machen, kostet das mehr Geld, das muss ich mal rechtfertigen. Deshalb mache ich nicht mehr Einkünfte. Nein, das geht nicht. Meine unternehmerischen Gründe muss ich respektieren. Das ist das Recht des freien Unternehmertums. ich kann machen, was wir für richtig halten. Ja, durchaus. Es gibt ein freies, also ja, Unternehmensfreiheit. Es gibt auch Meinungsfreiheit. Nur weil andere die Freiheit haben, etwas Blödes zu machen, heißt noch nicht, dass ich nicht die Freiheit habe, das dann auch dafür zu kritisieren, dass es doof ist. und letztendlich muss ich aber auch sagen, unternehmerische Freiheit ist, glaube ich, ziemlich sicher, dem Menschenrecht auf Inklusion so ristisch untergestellt. Und ich meine, die vorgeschriebenen Quoten, die es für die Inklusion von Menschen mit Behinderung zu erfüllen gibt, gelten ja auch für private Medienkonzerne. Ich kriege ja keine Menschen mit Behinderung in meiner Sendung. Wo soll ich die denn hernehmen? Gibt es ja nicht genügend. Ich kriege nicht genügend. Ja, und da kommen wir auch zu dieser Vorstellung, dass viele gar nicht glauben, dass die meisten Menschen mit Behinderung überhaupt nicht vor die Kamera wollen. Hierzu zwei Sachen. Erstens, ja, die meisten Menschen mit Behinderung wollen nicht vor die Kamera. Die meisten Menschen, die keine Behinderung haben, übrigens auch nicht. Viel wichtiger ist die Frage, gibt es Menschen mit Behinderung, die vor die Kamera wollen und wie kommen wir die dorthin? Und Social Media zeigt uns, ja, es gibt sie. Auf Social Media, wo quasi nur technische Barrieren existieren, und wo es quasi kein Programmrat ein Mensch mit Behinderung davon abhält, ein Video hochzuladen, gibt es auf einmal viel mehr Diversität. Und ja, Menschen mit Behinderung machen sich dort sogar wirklich aktiv und bewusst sichtbar. Als Beispiel hierfür würde ich mal ganz kurz Script Times Scan nennen. Das ist ein Minecraft YouTuber, der macht Let's Plays. Niemand muss wissen, dass Good Times with Scar eine Behinderung hat und im Rollstuhl sitzt. Aber trotzdem wird es kommuniziert und der macht es irgendwie sichtbar und scheinbar scheint es dann Menschen mit Behinderung doch total wichtig zu sein, dass sie sichtbar sind. sie scheinen auch interessant genug für Algorithmen zu sein und das Fakt, dass es auch Menschen sehen wollen. Aber es wäre sicherlich nativ zu sagen, dass es nicht auch noch genug Menschen gibt, die eben sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollen und die eben auch Menschen mit Behinderung nicht sehen wollen. Und da wäre es ja wirklich richtig toll, wenn es in Deutschland irgendwelche Institutionen gibt, die einen Programmauftrag haben und vielleicht irgendwie dazu beitragen können, dass eben die ignoranten Menschen gebildet werden und so für mehr soziale Verständungen in Deutschland gesorgt wird. Oh, die gibt es. Das ist der öffentliche Rundfunk und da gibt es Inklusion in Ansätzen. Ich habe da mal die HDDG dafür fragen können und habe eine Antwort von Christoph Pellander bekommen, was der Leiter Redaktion und Programmmanagement ist. Die ARDDG ist übrigens eine Tochterfirma des Hessischen Rundfunks, die für die Anschaffung von fiktionalen Filmen, Bildbilden und so weiter zuständig ist. Es konnten mir tatsächlich einige Formate genannt werden, die meinen Vorstellungen von Inklusion entsprechen, leider jedoch keine konkreten Ziele. Mir wurde aber gesagt, dass sie sehr missbilsiert sind und die Serienoffensive für die Mediathek nutzen möchten, um mehr diverse Produktion ins Programm zu bekommen. Dabei sind Herausforderungen aus Perspektive der ARD der Ghetto, dass es viel zu wenig Agenturen gibt, die Schauspielende mit Behinderungen vertreten. Menschen mit Behinderung viel zu wenig auf Schauspiel Hochschulen Abschlüsse erlangen und dass es natürlich auch viel zu viele Barrieren in Produktionsbedingungen am Set gibt. Aber ja, dieses Zitat, ich meine natürlich ist es irgendwie ärgerlich, dass es noch nicht gut genug funktioniert, aber zumindest macht es Hoffnung darauf, dass es Besseren geben kann. Es ist sicherlich noch eine Wegstrecke vor uns, aber wir kommen unserem Ziel und Anspruch der weniger klischeehaften und stereotypen Darstellungen von Themen und Rollenbildern hin zu einer ethnischen, kulturellen und religiösen Vielfalt auch hinsichtlich sexueller Orientierung, Milieuschilderung, Behinderung und damit zu mehr Sichtbarkeit von Diversität und Inklusion Stück für Stück näher. Das ist ein Teil der Antwort, ich bekomme aber auch die Frage, Wie zufrieden sind Sie denn mit Inklusion und Diversität in Ihrem Programm und man sieht, Sie wollen mehr. Und ich finde es wirklich gut, dass es Initiativen gibt, die sich damit befassen. Ich muss allerdings auch sagen, gerade stellen sie sich auch wirklich noch nicht gut genug an. Und hier gibt es jetzt wirklich ein sehr, sehr erschreckendes Beispiel, wo Sie sich in Bezug auf Diversität unfassbar schlecht angestellt haben. Und dazu brauche ich auch nochmal neue Content Notes. Also, es geht jetzt um den Tatort Die Arme. Der ist leider sehr transfeindlich und beschäftigt sich natürlich auch mit Gewalt und Kriminalität, weil das ist ein Tatort. Und wenn ihr euch gerade damit nicht auseinandersetzen wollt, dann habt ihr es hoffentlich genug Zeit gehabt, um das Recording nicht weiter anzusehen. Okay. Der Tatort Die Amme ist die drölftausendste Interpretation des alten Märchens von cis-männlichen Psychokillern in Frauenkleidern. Das ist natürlich nicht nur problematisch, weil es transfeindlich ist, sondern eben auch problematisch, weil es Menschen mit psychischen Störungen eben stigmatisiert und dass mediale Darstellungen von ja vor allem reißerische Darstellungen von Straftaten, die durch Menschen mit psychischen Störungen begangen werden dazu führt, dass diese Stigma weiter verfestigt werden, ist zumindest durch korrelative Zusammenhänge schon wissenschaftlich zumindest es lässt es vermuten, dass es so Zusammenhänge gibt. Außerdem für diese Folge konkret ist problematisch, dass eben die ganzen Darstellungen von Gewalt eben sehr, sehr, sehr intensiv sind und eben auch dieser Tatort eine durchgehend beklemmende Horroratmosphäre hat, was das Programm eben auch für Jugendliche ungeeignet macht und nicht nur, das eben nicht nur, weil es eben auch für Transjugendliche eben nicht sehr, sehr problematisch ist, mit transfeindlichen Inhalten konfrontiert zu werden. Also, um sich darüber zu beschweren, dass das passiert ist und dass das gegen Programm grundsätze verstößt, muss ich allerdings erst mal herausfinden, wer da zuständig ist und das ist gar nicht mal so einfach bei der ARD, denn die ARD ist ja ein Gemeinschaftsprogramm der verschiedenen Länderanstalten, also Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Neudeutscher Rundfunk und so weiter. Und als ich den Zuschauern gefragt habe, wer ist denn eigentlich gerade für den Tat und die ARD zuständig, wurde mir erst mal gesagt, das wurde durch eine UF produziert. Hier in Deutschland gibt es gar keine zuständigen Gerät, also das haben sie nicht direkt gesagt, aber das haben sie ein bisschen impliziert. Und außerdem, wir haben natürlich Richtlinien gegen Gewalt im Fernsehen und auch da ist mir auszusehen der Banner in die Präsentation reingrutscht unter dem Mail, wo drinsteht, dass sie total wenig Gewalt im Fernsehen darstellen. Ja, also erste E-Mail scheitert, ist okay. Ich habe mal weiter nachgefragt bei der Geschäftsstelle der Gremien Vorsitzenden Konferenzen. Die sind quasi dafür zuständig, die ganzen verteilten Rundfunkgeräte ein bisschen zu koordinieren und da wurde mir auch gesagt, der ORF ist zuständig und fragt auch mal den Zuschauenden Service. Der Zuschauenden Service hat sich übrigens bisher nicht mehr bei mir gemeldet, aber ich habe irgendwann einfach angefangen, direkt einfach Jugendschutzbeauftragte zu suchen, denn die gibt es ja an jeder Landesrundfunkanstalt und irgendwann ist dann denen auch mal aufgefallen, Moment mal, es muss hier irgendjemand zuständig sein in Deutschland und die haben dann das Anliegen intern weitergereicht. Ich habe inzwischen erfahren, dass die ARD Degeto diesen Tatort vom ORF gekauft hat und damit quasi der hessische Rundfunk für die Verbreitung des Angebotes in Deutschland redaktionell zuständig ist und da kann ich mir jetzt beschweren. Da muss ich mich immer auf die Programmgrundsätze beziehen, gegen die quasi verstoßen wird und da habe ich jetzt ein bisschen viel gehabt, also natürlich verstößt diese konkret gegen die ARD Programmgrundsätze, gegen den Jugendschutzstaatsvertrag, gegen Jugendschutzrichtlinien der ARD, gegen ARD Grundsätze, gegen Gewaltverherrlichung und übrigens auch gegen das HIR-Gesetz und ja, da habe ich dann eben auch wieder eine sehr ausführliche und lange Beschwerde mit Verweisen auf diese Programmgrundsätze zum Hessischen Rundfunk gelegt. Zumindest werde ich das schicken, denn aktuell suche ich noch Unterstützer zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Aber lohnt sich dann diese ganze Arbeit überhaupt? Hier muss ich sagen, es ist sicherlich eine ungewöhnliche Form von Aktivismus, aber ich denke, es ist doch eine vielversprechende Form von Aktivismus, weil die öffentlich-rechtlichen und eben auch förmliche Programmbeschwerden, die gehören eben zu unserer Demokratieinfrastruktur dazu und deswegen sollten wir diese Demokratieinfrastruktur auch unbedingt nutzen, weil sonst geht sie uns kaputt. Und ich denke eben auch, dass es Menschen in der ARD, die positive Sachen bewirken wollen, Argumente gibt, um Initiativen für mehr Initiative zu pushen. Aber André, was meinst du dazu? Wir haben, nachdem der ORF der Produzent dieser Folge war, eine entsprechende Beschwerde hier eingebracht, beim Publikumsrat des ORF und das muss man wirklich Stück für Stück machen. Man muss sich hinsetzen und sagen, da habt ihr den und den Absatz beim Rundfunkgesetz verletzt und da habt ihr den und den Absatz im Rundfunkgesetz verletzt, weil das bei uns im Rundfunkgesetz im sogenannten dargelegt ist und das gilt nicht für die Länder, das gilt für den ganzen Bund, wo der ganze Bund bei uns so groß ist wie bei Gelern. Dann ist der Redakteur dafür verantwortlich, dass das Rundfunkgesetz eingehalten wird und wenn man ihnen vorwirft, dass das nicht ist, dann muss der dazu Stellung nehmen. Und wenn man ihm das oft genug um die Ohren haut oder ihr, je nachdem, dann besteht die stille Hoffnung, dass vielleicht doch einmal ein kleines Umdenken auf der Ebene der Redakteurinnen und Redakteure stattfindet. Wenn es stattfindet oder wenn es beginnt, sich zu ändern, wird es dort sich ändern und nicht in der Intendanz. Es wird von unten die Revolution kommen. Also ja, es zahlt sich aus, ja, es ist mühsam, ja, man sollte es trotzdem machen, weil, wie du völlig richtig sagst, es ist unser demokratisches Recht und wenn wir das aufgeben, dann geht die Demokratie flöten ein Stückchen wieder. Mir fällt gerade ein, ich habe am Anfang der Präsentation einen kleinen roten Faden verloren, weil eigentlich sollte es ja heute nur um meine Programmbeschwerte vor dem ZDF gehen und der Grund, weswegen ich nicht so viel darüber berichten konnte, ist, dass wieder erwartend die Entscheidung des Fernsehrates zu diesem Einrechnen noch nicht gekommen ist, weil normalerweise werden ja die allermeisten Beschwerden einfach als unbegründet quasi, ja, abgewimmelt, es gibt einen besseren Fachbegriff dafür, ist mir gerade nicht eingefallen und ich wollte entweder loben, dass es mal passiert ist, dass es bei mir nicht passiert ist oder mich darüber beschwerden dass es getan haben, aber sie haben tatsächlich einfach gesagt, Moment mal, wir brauchen mehr Zeit, um darüber nachzudenken und vor allem auch, wir wollen mit dir reden, also ich bin gerade vollkommen erstaunt davon, dass es auf einmal jetzt Gesprächsbereitschaft gibt beim Fernsehrat des ZDF eben wegen einer sehr scheinbar doch sehr gut formulierten Beschwerde von mir und es hat auf jeden Fall Köpfe zum Rauchen gebracht. Ich finde es sehr schade, dass zum Beispiel Inklusion in die Programme, also in die Selbstversichtungserklärung des ZDF, die eben in der letzten Sitzung des Fernsehrat auch verabschiedet wurde, nicht mit aufgenommen wurde, die sagen da, die haben zwar einen Teil zur Diversität, da steht aber zu Menschen mit Behinderung nur, wir wollen die Paralympics übertragen. Aber immerhin wurde das Thema, das ist in der öffentlichen Sitzung durchgedrungen, wo sehr heiß diskutiert und insbesondere an dieser Stelle mit Diversität hat der Fernsehrat sehr viel Einfluss auf das ZDF aufgenommen und da gab es wohl viele Änderungen in dem Bereich. Was da genau diskutiert wurde, ist natürlich leider auch wieder intransparent und ich kann es nicht ganz gut nachvollziehen, aber es lässt zumindest irgendwie eine Debattenkultur auch in dem Fernsehrat vermuten, was natürlich auch irgendwie meinen Aktivismus motiviert. Wenn ihr jetzt zu sagen muss, das ist ganz wichtig, dass sieben Seiten verfassen, wirklich detailliert sieben Seiten, je aufwendiger die Beschwerde verfasst ist, desto weniger einfach können sie sie als unbegründet abweisen. Mit der Fachstruktur du gesucht, je aufwendiger sie ist, je detaillierter und je fundierter sie geschrieben ist, desto schwieriger ist es, desto mehr müssen sie sich damit auseinandersetzen. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch so fast ein bisschen das Gefühl, auf einer Metaebene freuen die sich auch, weil sie ganz viele Argumente, die sie eigentlich anbringen wollen, ich schon in meiner Beschwerde entkräftige und auch auf die ganzen Sachen, auf die sich beziehen normalerweise schon verweise. Aber egal, wenn ihr mitmachen wollt, ich habe gerade eine Beschwerde, also ich bereite gerade vor, eine Beschwerde auch an die ARD zu senden, beziehungsweise des Hessischen Rundfunk wegen dem Tatort die Amme und die lässt sich genauso wie meine Beschwerde über das ZDF auf GitLab nachvollziehen. In der Woche nach der Veröffentlichung des Videos auf media.cc.de könnt ihr euch das noch mit E-Mails an beschwerdemitzeichen betalas.de beziehungsweise mit einer Merge Request einbringen. Bitte sagt mir kurz, warum ihr mitzeichnen wollt, das ist ein bisschen eine Bot-Kontrolle und sagt mir, ob ihr anonym, anonym oder mit Namen drunter schreiben wollt, hinweisen natürlich, das wird an die ARD gesendet, beziehungsweise an den Hessischen Rundfunk, die haben eine Datenschutz Erklärung, die ist im Internet nachvollziehbar und ansonsten wird das Postfach dann in einer Woche ungefähr verbrannt. Ja, ich glaube, ich bin jetzt durch mit dem Post-Recording. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt im Anschluss das Q&A, das es zu dem Vortrag auf der Konferenz gegeben hat. Vielen Dank für den Vortrag. Eine der ersten Reaktionen in dem Pad war nicht unterkriegen lassen und ich denke, dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Das ist ein wichtiges Thema, wo wohl noch viel zu tun ist. Es ist halt nicht unterkriegen lassen, ist so einfach gesagt, weil ich muss natürlich auch ein bisschen auf Selfcare achten und das ist natürlich auch, ihr solltet, wenn ihr Aktivismus macht, so wichtig die Themen sind, natürlich darauf achten, dass es euch dabei gut geht und ich glaube, wenn ich nicht tatsächlich sehen würde, dass Köpfe zu rauchen beginnen, wenn ich die Leute da nerfe bei den Öffis, dann würde ich mich auch dem Kampf gar nicht stellen und ja, dann würde ich einfach selber versuchen, Angebote zu machen, die es besser machen und dann mal gucken, was passiert, aber es scheint etwas zu bewirken. Auch in der CCC Gemeinschaft selber, wir sind alle angesprochen, nicht nur die Behinderten selber, wir sind alle angesprochen, überall dort, wo wir etwas sehen, wo wir sehen, da wird nicht richtig oder falsch oder gar nicht, nicht schweigen, aufstehen, was sagen, jedes Mal, ich weiß schon, das ist lästig, aber steter Tropfen ist nicht anders möglich. Und an der Stelle übrigens auch, ich suche tatsächlich noch Mitzeichnende für die Programmbeschwerde an die ARD, ich glaube, wenn da ein paar mehr Namen drunter stehen, hat es noch ein bisschen mehr Wumms, als wenn da weniger drunter stehen. Ja, eine Frage ist dann, sind es nicht sogar leider eher die Privaten, die das bisher gut hinkriegen, also zum Beispiel Dragon Prince, was natürlich nicht deutsch ist, hat das vielleicht auch was damit zu tun? Also, es gibt sowohl bei den Privaten als auch bei den öffentlich-rechtlichen vereinzelte Ausreisen nach oben, die eben sehr positiv auffallen. Weil es im internationalen Vergleich natürlich viel, viel mehr private Angebote gibt als jetzt nationale öffentlich-rechtliche, sind da mehr Beispiele, aber ich habe jetzt nicht so wirklich den Eindruck, dass da die Privaten im Schnitt wirklich so viel besser sind als die öffentlich-rechtlichen, aber ich muss sagen, ich halte Netflix für den kompetentesten Anbieter in Bezug auf solche Fragen, die es aktuell gibt. Also, Netflix ist wirklich ein Beispiel, wo ich sage, die machen es bis aktuell am besten. Man muss auch dazu sagen, dass die Privaten sind risikofreudiger, das ist sicher richtig. So eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist ein Riesendampfer und da sind so viele Hinsichteln und Rücksichteln und hin und her und Hofrat hier und Hofrat dorten, die können sich nicht leisten, kreativ wirklich mal einen Sidestep zu machen. RTL, ich glaube, denen ist das passiert. Also, absichtlich haben sie es sicher nicht gemacht, behaupte ich mal in Deutschland zumindest, aber wenn es ihnen passiert, freuen sie sich deshalb auch. Und die Chance, dass mal ein Ausreißer passiert, ist bei Privaten sicher größer als bei versichere ich nicht. Gilten für die Privaten ähnlich ähnliche Programmgrundsätze, an die sie sich eigentlich halten müssten? Ja, es gibt Selbstverpflichtungserklärungen. Also, Nintendo hat eine relativ starke Selbstverpflichtungserklärung, Netflix hat eine, die auch sehr öffentlich zugänglich ist auf deren Webseite, wo sehr sinnvolle Programmgrundsätze drinstehen und die sind natürlich auch, es gibt natürlich gewisse gesetzliche Rahmen für das, was quasi ausgestrahlt werden darf. Also, auch RTL, wenn RTL den Tatort gesendet hätte oder ein privater Sender, ich möchte ja nicht immer nur auf RTL schimpfen, es gibt ja auch andere, dann hätten die wahrscheinlich auch von behördlichen Stellen Mahnungen bekommen, weil das eben wirklich ja die Menschenwürde von Transfrauen potenziell angreift, eben durch verächtlich machen und das ist ja auch so illegal in Deutschland. Aber man muss dazu sagen, die Öffentlich-Rechtlichen haben den Bildungsauftrag und sind deutlich stärker korpsetiert als die privaten Medienanstalten. Also, deren Vorschriften sind noch viel strenger und viel enger und viel präziser in dem, was sie senden. Vor allem, die kriegen vorgeschrieben, die dürfen nicht so herumvorwerken wie die privaten. Entschuldigung. Ja, dann gibt es noch eine ganz praktische Frage, wo kann man denn die Beschwerde an die ARD mit unterzeichnen? Da fehlt mir auch gerade noch ein bisschen jemand, der sich damit beschäftigt hat, die Infrastruktur dafür aufzusetzen. Also, ich bin unter Betalas auf Twitter und auf Telegram zu finden und da können Leute, die das, oder auch auf Mastodon, Mastodon ist sowieso die beste Plattform, Chaos.social und da können Leute mich finden und sich mit mir vernetzen und mich da unterstützen. Ich habe gerade noch keinen Link, wo man einfach draufklicken kann zum Unterschreiben, weil ich habe da auch noch kein datensparsames Konzept für gefunden. Das muss nur jemand machen. Es sind sehr viele Sachen in den letzten Monaten und Wochen passiert, auch bezüglich der Aufbau von der Diwok, wo ich mich beteiligt habe, weswegen Teile, die es ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt sind. Es tut mir leid. Ja, dann gibt es noch einen Kommentar von jemandem, die seit acht Jahren, oder der seit acht Jahren als freie Mitarbeiterin beim ÖRR tätig ist und auch sagt, ja, vieles läuft zähl und man kämpft manchmal gegen Windmühlen, bestätigt also deine Aussage, dass da vieles intern noch im Argen liegt und hofft aber auch, dass es langsam besser wird. Ich wünsche mir wirklich für die Öffentlich-Rechtlichen, dass sie diese interne Kritikfähigkeit, auch diese interne Qualitätsmechanismen, die sie ja haben und diese interne Awareness auch mehr nach außen kommunizieren. Weil ich glaube, einfach mal einzugestehen, ja, wir sind noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollten, aber wir bessern uns, ist besser als einfach den Public immer nur als erstmal grundsätzlich wegzuignorieren und als unbegründet abzuschreiben. Und würde es diesen Leuten helfen, wenn mehr Zuschauer sich mit Programmbeschwerden in solcher Richtung an die Sender wenden würden, wenn ihnen etwas auffällt? Verdammt, das ist mein Lieblingsvortragspunkt, den ich vollkommen vergessen habe zu sagen. Ja, natürlich, also Programmbeschwerden sind Demokratieinfrastruktur und wenn wir Demokratieinfrastruktur nicht nutzen, dann geht sie uns kaputt. Und es ist leider wirklich sehr schade, dass dieses Guck mal, der BBC, der wurde schon so weit getreut, dass die Mitarbeiter nicht mehr auf die Breit gehen können, dass das in den Quellen von meinem Failed-Empathy-Vortrag drin stand und jetzt durch URF und AD bestätigt wurde, dass diese Bedenken recht hatten, das finde ich natürlich absolut tragisch, aber das bestätigt mich natürlich auch nochmal, dass wir häufiger mal Terz machen sollten, weil sonst gehen uns die Rundfunkräte kaputt. Und hast du eine gute Anleitung, wie man eine Programmbeschwerde schreibt, dass sie auch tatsächlich da ankommen, wo sie hin soll? Ihr müsst, wenn ihr die ARD anschreibt, immer erstmal rausfinden, welche der Länderanstalten für dieses Programm verantwortlich ist. Wenn es eingekaufte Programme sind, dann ist die ARD der Ghetto verantwortlich und die gehört zum hessischen Rundfunk, das heißt, der hessische Rundfunk ist für eingekaufte Programme wie den Tat und die Anna zuständig. Dann müsst ihr halt googeln, was die Grundsätze sind, an die sie sich halten müssen. Da gibt es welche zum Thema Jugendschutz, zum Thema Verwaltung von Gewaltverherrlichungen, da gibt es Grundsätze zum Thema, also sowieso den allgemeinen Programmgrundsätzen mit dem Bildungsauftrag, die in den Gesetzen und, also HR-Gesetzen und Programmgrundsätzen festgehalten sind. Auf die müsst ihr euch beschweren. Ihr müsst einen ganz, ganz konkreten Bezug auf einzelne Sendungen und Telemedienangebote machen, damit ihr euch beschweren könnt. Und ansonsten hat das ZDF eine sehr, sehr verständliche Übersicht dafür, die so abgewandelt auch für andere Programmanstalten gilt und wo ihr euch quasi informieren könnt. Ich kann auch gerne mal über Beschwerden drübergehen und mir die angucken. Ihr dürft mich da gerne fragen, die Beschwerde, die ich, an der ich mitgewirkt habe zum Thema Tatort, die Anne, die Anne, ich zeige immer die Anne, Entschuldigung, ist tatsächlich auch aus einer Initiative von einer österreichischen Person passiert, die ich da unterstützen habe, weil sie sich darüber beschwert hat. Und als Erläuterung für die Kollegen aus Österreich, in Österreich ist das relativ einfach. Da geht es auf der ORT-Seite unten rechts, sogar den Publikumsrat, dort anklicken und auf Beschwerde drücken und dort steht genau drinnen, wo man was mit Adresse das eingeben kann. Und auch hier gilt natürlich sinngemäß dasselbe. Gute Kenntnis des Rundfunkgesetzes, des ORF-Gesetzes und man muss jede Beschwerde einzeln anführen, welche Szene oder welches Element der Sendung wird, gegen welchen Paragraf oder welchen Absatz des Paragrafen des jeweiligen Rundfunkgesetzes, des Erwenden, verstößt. Je expliziter das wird, desto erfolgreicher ist das. Und wenn dieses total formelle Beschwerdeverfahren für euch mit Barrieren verbunden ist, das können Sprachbarrieren sein, das können auch andere Barrieren sein, dann müssen die euch auch helfen, wenn ihr quasi, wenn sonst quasi euch, wenn ihr sonst quasi diskriminiert werdet. Das heißt also, auch sagen, hey, ich bin aus den und den Gründen gerade nicht in der Lage, die formellen Kriterien zu erfüllen, bitte helft mir, könnt ihr auch an einen Rundfunkrat oder Fernsehrat schreiben und dann müssen die euch unterstützen. Das steht da ja nur nirgendwo, aber das habe ich erfragt, weil ich mich beschwert habe. Ja, dann vielen Dank für den interessanten Vortrag und für die lebhafte Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020